so moin moin willkommen zum garten rundgang im juli hier seht ihr die kartoffeln da hat mittendrin irgendwie schneise von braunfäule geschlagen da werde ich gleich mal ernten hier hätten sie die zucchini die tragen ganz gut recht zufrieden mit wir haben hier nur drei gelbe eben gerade habe ich hier so ein paar faule raus gesammelt die letzten tage hat jetzt extrem geregnet und da kann man die ganz schön am stammwerk hier hinten habe ich noch mal einfach zwei abgekappte triebe von tomaten eingepflanzt die anwachsen will ich einfach nur mal ausprobieren ob das überhaupt früchte trägt hier dieser war zu groß hat keine wurzel mehr gebildet der kann mit mir hier weg so hier hinten noch mal die kartoffeln mittendrin eine die vertrocknet ist und braunfäule hat und dann hier diese schneise noch mal kohlrabi da habe ich einige schon geerntet einige sind ganz klein geblieben und viele sind geplatzt mit dem mangold das hat irgendwie überhaupt nicht geklappt ich weiß nicht warum keine ahnung also da haben wir nicht einmal was geerntet der ist einfach klein und schmächtig geblieben hier wahrscheinlich braucht er mehr dünger so die bohnen ich auch gleich bisschen was ernten für heute mittag da ist was dran das sieht ganz gut aus hier ganz anschaulich mal gucken wie die schmecken so hier haben wir das hochbeet das ist eine bank hier mit dem hochbeet also die karotten haben wir schon viele rausgezogen geerntet bisschen verdünnt die rein und da sind wir auch sehr zufrieden mit der ernte so ein salat da habe ich jetzt überall noch mal pflücksalat für den sommer nachgesät hier der kommt auch die kartoffelkiste ist ganz prachtvoll echt super hier die zwiebeln auch sehr schön direkt mal eine rausziehen hier keine rekordgröße aber absolut zufriedenstellend die karotten hier zwischen die erste reihe die ich ausgesät habe hat überhaupt nicht funktioniert hier das hat sich überhaupt nicht gelohnt die sind ganz nückerig vielleicht kommt ja noch und hier die tomaten buchern vor sich hin die sind ein bisschen später als die unteren und jetzt gehe ich mal an die ernte und zeige euch mal was dabei rumkommt und jetzt gehe ich mal an die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So, ich habe jetzt nur die rausgenommen, die auch schon wirklich durch mit dem Lack waren hier. Ja, ein bisschen ist doch bei rumgekommen Können wir uns nicht beschweren Dafür, dass die So früh aus dem Rennen waren Ich denke aber beim Rest hier Da wird das Ganze gut werden Und dann habe ich ja noch Die Kartoffelkiste So, jetzt gehen wir nochmal ins Gerätshaus So, die Gurken hier, das ist eine Bank Das läuft wie verrückt Die hängen jetzt schön Von der Decke runter hier Das klappt wunderbar Die Paprikas Wachsen auch Es ist noch keine Rot geworden hier Aber Das scheint eine reichliche Ernte zu geben So, das war der War der Gartenrundgang hier Für Juli Bis zum nächsten Mal Bis dann, ciao